Sie 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 Hallo 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 Oder Montagsmaler Wollte ich gerade sagen, für die Älteren unter uns, die die Montagsmaler noch finden Mhm, so wie mich Wir kannten's auch nicht, aber das ist richtig cool, Leute, also das macht richtig fun Genau Und, ähm, ja, wer erklärt von euch, was das ist, für die Jüngeren, die sich wissen? Äh, also, Montagsmaler ist eine Show, die kam in den 70ern und 80ern Dort musste man, hat man einen Begriff vorgegeben bekommen und den musste man dann zeichnen Und die anderen mussten es erraten Und genau das werden wir jetzt auch machen, ihr Lieben Und, äh, start the game Genau, und hier ist es halt online, hier müssen wir es halt reinschreiben und in die Leiste Genau Wir haben sechs Wunder eingestellt, das heißt, jeder von uns darf sechsmal malern, äh, nebenbei, ich weiß gar nicht Ich glaub, die Anna hat noch vergessen, die sitzt da aber bei Elfer in den Wald So, ich mach jetzt mal start the game Ich glaub, Anna, ist halt auch da So, Klaus, Eva, wie der Kling Ja, das müssen wir an das machen, ha So, ich mach jetzt mal start the game So, ich mach jetzt mal start the game Okay, Anna malt jetzt, also? Oh jetzt geht's los. Wow, das ist so krass, ich weiß selbst gerade gar nicht was das ist. Fucker! Du, jetzt erkennt man's. Oh, ist hier ne Schildküte? Aber was ist das? Ist das eine Jacky? Was finde ich denn? Genau. Warte, da kommt noch was dazwischen. 20 Sekunden habt ihr noch? Denkt gerne am Baum. Und das bin ich manchmal. Was bin ich manchmal? Ich hab's. Ja, ich auch. Aber ein bisschen zu spät. Oh, ich bin dran. Ich muss nur eine Scheibe jetzt sagen, das bin ich manchmal und die erraten das vor. Das gibt's doch nicht, ey. Ähm. Da kippt erstmal ein Light nach oben hier. Da, Daumen nach oben. Ey, Frau Schwarz. Ich kann nicht mehr zeichnen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, bist du vielleicht auf Radiergummi? Ähm. Ja. Mit dem Radiergummi kann man nicht malern. Oh. Ja. Haha. Sehr schön. Was ist denn? Äh. Was? Das kennt man doch jetzt wohl. Äh. Das ist kein Waschbär. Ah. Ja. Hahaha. Sehr schön. Ein Panzer. Ja. Ja. Ja, ist klar, ne? Wie soll ich... Ey. Ey, Alter. Ihr habt doch wohl einen Schocken. Wie soll ich denn... Wie soll ich... Ey. Ey, Alter. Oh, Tag. Oh, Tag. Oh, ah. Hast du geschrieben? Na ja. Ich bin doch geschrieben. Was ist denn so? Wie denn dann? Oh, ich hoffe, man kann's... Ich hoffe, man malt halt so. Ich hab keine Ahnung. Ah, ja. Wie soll ich... Ich kann dir keine Tipps geben, Alter. Ist... Ist... Ah. Dann hast du geschrieben. Ach, ich weiß. Ja, ja, ja. Anna... Okay, Anna weiß es. Na, dir halt schon mal. Hm. Ja, dir... Aber auch nur, weil ich oben geguckt hab. Ach, da werden ja die Buchstaben angegeben. Ja. Äh, das... Das waren drei Worte für nach. Der eine war Elektrizität. Die Akram und der dritte war ich ja gar nicht mehr. Hast du verdrängt, ne? Ja. Okay. Check hier's dran. Mal aus. Ich bin jetzt dran. Boah, du nein. Nein. Oh, das ist scheiße. Boah, du hast das schon gemacht. Haha. Haha. Strichmännchen. Ich glaub das besser. Scheiße. Äh. Nein! Das war schon alles? Nein, ich bin dran, Anna. Mal kloppt euch, ey. Ja, du meinst ja nicht. Äh, ja, ein Ei, toll. Warte. Das war das lange Wort, ey. So. Ihr müsst weitermalen, ne? Ja, ich bin dran. Wir haben nur 18 Sekunden. Mann. Warum haben wir jetzt Connected los? Das ist schlecht. Jetzt bist du zweimal drin. Warum bin ich jetzt da drinnen? Hä? Keine Ahnung. Wie du selber malst? Okay. Briefträger! Ja, aber es war voll... Äh, ich hab Postquote geschrieben. Leute, ich hab grad voll den Pakt, ne? Äh, du bist doppelt drin. Ja. Ne, jetzt bist du nur noch einmal drin. Jetzt? Jetzt bist du noch einmal drin, ja. Ja, aber ich bin... Ich muss gucken, ob ich das hinkriege, ey. Du wirst ja aber noch als Fähnen angezeigt. Bist du zweimal drin? Was kann der da mal? Ja, aber ich kann hier nicht. Doch, ich kann schreiben. Jetzt bin ich. Zweimal drin. Alter, das wird... Ich bin jetzt wieder träumen. Hä? Wah, ey. Alter, Falter. Blblblbl, was auch immer. Ah, das ist andere. Ja, toll. Jetzt sind meine ganzen Punkte weg. Also wie Sie sagen, 480 Punkte hat sich, ne? Ja. Die halten auch schön Anna schreibt, Anna schreibt, oh oh Jawoll Stimmt, da stehen ja auch Buchstaben Na schau, das sind wir für die Bayern manchmal Ja ja, die Magenette Ja, passt ja das, was ich da drüber geschrieben habe Dein Ernst Jetzt geht's wieder los, ey Ja, das sind doch manchmal Wörter, ey Ein rotes Ei, eine rote Kartoffel Da ist wieder wie Scala geschrieben wird Ernsthaft, Digga Also im Malen bin ich nicht der Beste Also nicht wundern, äh Sascha, das ist zu pervers, wenn ich das hier... Ach! Nein! Ach, Dicke Hab's schon Ne Ich kann mir nicht sicher, ob es zugeschrieben wird Aber es wird zugeschrieben Aber ich hasse diese Viecher, deswegen wollte ich es dann auch nicht schreiben Ich liebe die... Auf Englisch heißen die Ladybugs Das klingt viel schöner, also mal reden gehen wir Ernsthaft? Und ich mal Das doch! Ja, du bist ja eh dran Ja, du bist ja Ja! Pau! So ähnlich? Warte, warte, Anna macht's falsch, hier. Hä? Hör mal! Ach, tut man damit. Jetzt hab ich's. Aha, schön. Ach, krass. Ach, wie sehr. Ich kann grad nicht. Ich piss mich nach die Hose. Da war's. Stichstückchen. Weiß er nicht? Ja, ich weiß. Nein. Nichts mit Eisenbahn zu tun. Sieht aber so aus. Nein, das liegt nicht, es steht. Ah, danke. Sehr gerne. Nichts, es steht? Ja. Vier Buchstaben, Jackie. Ach, da oben! Oh, du hörst nichts mehr? Da-da-da! Kannst du euch das jetzt selber reinschreiben? Vier Buchstaben. Weißt du, was das ist? TAUN! TAUN! Das hängt mit Z an, Mensch! TAUN! Oh, ich verstanden die ganze TAUN! Schatz, was will der denn TAUN? Jetzt geht's wieder los. Siehst du noch was Gutes dabei? Ja, ich mag Sinn. Nein, bitte. TAUN! Fertig! TAUN! 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 Ah, na gut. Aber ich soll schon bei 17 Minuten? Ja. Obwohl ich hab die Aufnahme früher geschafft. Okay, also... Warte an. Nein. Oh, da fehlt auch das Arme! Nein! Das plus das unten! Timpel! Geht doch! Was wir nicht auch machen können, um den Kriegsträger da zu machen? Ja! Ja! Ich dachte die ganze Zeit, Alter! Mein Weitere! Ich weiß nicht, was ich weiß. Hältst die deutschen Wörter! Ich würde dann immer auf Französisch einladen. weiter 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 geht noch besser ich hoffe ich krieg das jetzt so hin Du hast doch was erkennt Er hat vieles gemacht, nass Boah, wie malt man das, Alter? Ich bin echt zu blöd im Malen Was? Ah, ich weiß Ja Ach, Falle Aua Ey, du kriegst 80 Punkte oder alle? Scheiße Jetzt bist du wieder dran Und das letzte, ja Was? Das ist fast richtig Das ist fast richtig Warte Okay, das was Jackie nicht hat Was? Das was Sascha nicht hat? Sascha, beleidige dich immer Okay, dann hat Kilo nicht Der definitiv nicht Ach, ja Ich mach mal das Einfachste vom Einfachsten Ähm Ähm Also Nein, nein, nein Nicht das Genau Ich mal nochmal ne Runde, ne? Diebe Ach, der hat ja sein Vielleicht wird er Romantiker, das braucht kein Mensch, ey Ohohohohohohoho Wie klein ist die halt nicht, ey Na komm, ein bisschen schon, ne? Ich liebe euch die Be- Ah Naja, das, 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 das kann man glaube ich erkehren Warte Warte, warte, warte Oh mein Gott, was für ne Farbe Arsch Ja, war klar Ne, warte, warte, warte Naja, das hat mich auch nicht geschrieben Ich bin noch nicht fertig Ich muss nur mal irgendwas ausmachen So So, wo ist der Raditzel da, so Der Raditzel So Äh Hä? Achso Ja, toll Ach, scheiße, der Zeichen kennt ihr ja noch gar nicht Fuck, ihr habt die Monetarisierung ja noch gar nicht Nein Ja Ähm Schnell, 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 Schnell Was Äh Äh Werbung Macht Werbung Mach Werbung Ja, aber ich hab ja nicht gedacht, ihr kennt das Zeichen ja wegen der Werbung und Freundlichkeit noch nicht Ach so, ja doch Aber ich hab da gerade noch nicht mehr dran gedacht Ähm Stattfliegechen Stattfliegechen Der Anna fragt seine So Mal so ein zweites da als Hilfe mit hin Anna, sei ruhig Ich kann überhaupt nicht mehr halten Aber nicht mehr so mal anders Was? Also Was soll das darstellen? Jetzt noch nicht mehr Noch ein Pfeil vielleicht, was gemeint Ja Ja Ich muss das gar nicht mehr mal Ah, was war Hä? Hä? Ja, fast richtig Nur das erste Wort nicht Fahrbahn, ah War deutlich zu erkennen, ey Meine Kreativität kunstmäßig Ah Oh mein Gott Jetzt wird's lustig Oh oh Aha 368 Ops Warte Danke Jetzt kann ich mein Geld wieder vergessen Hm Halt raus Oh Fast nicht Ich war ein dick schneller, du Sau Was? Was? Nimm mal das Zack, zack Boah Boah Was? Das ist ja volles langer Wort Boah Was? Ich weiß es auch Nein, Anna, du schreibst nicht Jetzt, der war schrecklich, der hat keinen Sinn Ja, krass, 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 krass Nein Nee Du hast jetzt wieder eingegangen, Anna Ich weiß es nicht, sag mal, sag nochmal was er schaffen Wenn A mit B spricht, dann ist das eine Du bist schon wieder raus Was bist du da drin? Wird's toll, wie viele Punkte hatte ich? Na, hab ich jetzt nicht drauf geachtet Ich auch nicht Bin wieder raus, oder was? Wobei Okay, wir beenden hier die Aufnahme, wir wissen nicht wer gewonnen hat Genau Jacky oder ich, eine von meinen Jacky oder ich, eine von meinen Wenn ihr euch einen positiven Daumen nach oben wollt, schaut bei Jacky und Nadia vorbei Die sind irgendwo, wenn ich's nicht vergesse, ich trottel, sind sie irgendwo verlinkt Ansonsten sehen wir uns die Tage, bla 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 und tschüss Adios Amikos Für mich gilt dasselbe, ich bin raus und ich werde die beiden anderen Chaoten verlinken und Bis oben Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss